Hallo, mein Name ist Alexander Theis, bin der Mechaniker vom Bund Deutscher Radfahrer und bin gerade dabei, die Räder mit Transponder und Startnummern auszurüsten. Warte noch auf zwei Fahrräder von Rennfahrern, die bei Paris-Rubé sind und dann hoffe ich, dass ich noch im Helden fertig werde. Ich bin Jasmin Sternkeger, Physiotherapeutin und ich massiere gerade die Beine von Christian Knies nach seinem Rennen Paris-Rubé vor seinem Rennen rund um Köln. Das ist nochmal wichtig, gerade weil Paris-Rubé auch ein sehr hartes und anstrengendes Rennen war, um den Tonus und die Schlagstoffe des Rennens herauszubringen, aber auch so ein bisschen Vorspannung zu wahren für morgen, für das nächste Rennen. Ich bin gerade eben vor einer halben Stunde erst hier angekommen und schon lege ich auf der Massagebank. Wir haben 22.30 Uhr, es ist halt ein bisschen später geworden, weil ich heute Paris-Rubé gefahren bin. Das Rennen war ganz okay. Ich habe es am Anfang probiert in die Ausreißergruppe, das hat leider nicht ganz geklappt. War ein paar Mal mit dabei, aber es wurde immer wieder von anderen Teams zugefahren. Ich habe dann meinen Job für das Team erledigt und bin noch weit hinter den Ahrenberg gekommen, habe noch ein paar Ausreißer zurückgeholt. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Tag heute, bin auch durchgefahren und spüre natürlich jetzt die Belastung vom Rennen heute, aber ich denke für morgen. Wir sind es ja gewohnt, über mehrere Etappen zu fahren. Klar, andere sind frisch, aber ich habe die Erfahrung, das schon öfter durchgemacht zu haben und auch rund um Köln ist ein Rennen, was mir eigentlich ganz gut liegt. Insofern bin ich zuversichtlich für morgen. Ich bin der Biantura, fahre beim Team Eurocar und morgen fahre die deutsche Nationalmannschaft und bin natürlich hochmotiviert. Er ist als deutscher, großer Klassiker in Deutschland morgen und ist natürlich für den deutschen Fahrer immer etwas Besonderes, in der Heimat zu starten, weil so viele große Rennen haben wir ja nicht, gerade auch, weil ich in einem ausländischen Team fahre. Und da werde ich natürlich versuchen, gutes Rennen abzuliefern. Ja, hallo, ich bin der Sascha Weber. Ich bin auch aus Luxemburg, einem KT-Team für die Nationalmannschaft morgen und auch motiviert, großes deutsches Rennen. Ich bin froh, starten zu können, da unsere Mannschaft nicht fährt. Und ja, ich denke auch, morgen wird es wieder bei einem Sprint landen, aber wir werden natürlich, wenn eine Gruppe geht oder was auch, vertreten sein und hoffen natürlich, dass alle sturzfrei durchkommen, falls es regnen sollte. Also ich erwarte für morgen, dass wir als Nationalteam eine ordentliche Leistung abliefern werden. Es wird natürlich schwer werden, weil mit Christian Knies und Danilo Hondo zwei Fahrer gestern nach Paris-Roubaix gefahren sind, oder heute. Und von daher haben wir da zwei richtig starke Leistungsträger, die erstmal ins Rennen finden müssen. Aber ich denke, mit Gerhard Ciulek, der frisch hier am Start steht und mit den anderen fünf hochmotivierten Jungfahrern haben wir eine super gemischte Mannschaft. Und von daher denke ich, wird es ein spannendes, interessantes und vielleicht auch erfolgreiches Rennen für uns. Ja, Köln ist ein Heimrennen. Ich denke, wir sind alle motiviert, wir haben eine gute Mannschaft am Start und hoffen ein gutes Rennen hier zu fahren. Christian Knies und Danilo sind gestern noch Paris-Roubaix gefahren. Aber ich denke, die sind stark genug, dass sie das gut verkraften und heute trotzdem eine wichtige Rolle im Rennen spielen können. Hey, woher ist das? Wir haben direkt dreimal nachher Sprechung gesagt. Mein Ziel ist, es geht um Leben. Es ist seit 20 Minuten mit 50 Minuten, aber danach geht es noch beide mit 15 Prozent. Ja. 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 Sturz, Anpost, Anpost hier im Kreisverkehr. Mese, wir sind hier. Wir sind hier bei dir. Wir sind hier. Wir sind hier hinter dir, wenn was ist. Hallo Jochen, bleibst du hinten oder fährst du vor? Sonst würde ich mich um deinen mit kümmern vorne in der Spitze. Ja. Ja, ich habe einen vorne. Ich bin hinter Knesis. Und wenn was ist, würde ich deinen mit helfen. Aber kannst du dann bei mir auch mal mit gucken? Hinten? Ja, ich bin vorne. Ja. 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 Okay, super. Dann passe ich mit auf. Ja. Das geht aber weiter. Der Kilometer 52 sind wir jetzt. Der Berg zieht sich dann nochmal bis Kilometer 56. Also hier ist noch nicht zu Ende. Komm Christoph, schön in den Autos drin bleiben. Ja. 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 Einlauf. Alles gut. Ja. Passt mal. Ei, ei, ei. Ei. Einlauf! ... die 34 vor der 201 und der 24. Zweite Spritwertung 34, 201 und 24. Liebe Kollegen, achtet drauf, es ist keine Verpflegung mehr erlaubt. Operation Proof of Chasers. Der sitzt jetzt nicht vorne, oder, von der Karte? Nee. Ich hab nie gehört, wie lange Zeit der vorne ist. Nee, das ist einer, der noch dahinter sitzt. Der durfte vielleicht auch noch gerade so drauf, auf die Runde. Es kam an, als ob er hier... Naja. ...absolute... 55 Sekunden in Rückstatt, Verfolger, 55 Seconds. Können wir gleich... Wir brauchen keine Zielrunde mehr heute zu fahren. Wir stehen doch hier ewig und da kommt gar nichts. Oder? Ich weiß. Hier kommt doch gar nichts. Und wenn was von hinten kommt, dann sollen sie uns anhalten, oder? Ja. Wie man das normalerweise macht. Kannst du sagen. Noch eine Runde. Mit Jan Bartha an den Tisch. Jan Bartha! 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 Wieder sind zwei von Katja in der Verfolgergruppe. Jan Bartha! 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 Meine Damen und Herren, auf den letzten 200 Meter der 96. Austragung von Rundum Köln, hier ist der Sieger aus der Mannschaftsbette, hier ist ein Applaus für Jan-Water-Zekion, World Cup von Rundum Köln, Jan-Water, gewinnt die 96. Austragung von Rundum Köln. Tja, wir haben den steilsten Berg in der Geschichte von Rundum Köln heute kennengelernt, nach 25 Kilometern. Da sah die Situation für unser Team auch noch richtig gut aus, als wir Christian Knees vorne hatten und die Gruppe über zwei Minuten schon Vorsprung hatte. Und man denken konnte, das Rennen wäre gelaufen, aber wie es im Radsport so schön ist, hat sich alles geändert und wir standen am Ende mit leeren Händen da. Aber trotz der ganzen Sache, es war ein sehr ereignisreicher Tag, zwar verregnet, aber ein schöner Ostermontagsausflug.